absolutely nothing wo ist denn der schlüssel ohne scheiß die werden doch nicht einfach so da muss doch irgendwo noch ein schlüssel geben für die autotür 100 pro hat das der typ den ich jetzt nicht gefunden habe jetzt ärgerlich aber was soll man machen wisst jetzt auch nicht ob das nehmen im autos bestimmt nichts wertvolles drin reingucken würde ich trotzdem gerne mal ich glaube das soll man nicht reingucken so darüber müssen wir mal kurz habe ich mir noch medikit kräften könnte könnte ich sogar ihr wisst ja ich bin auf dem hartesten schwierigkeitsgrad ein shot und ich liege im dreck alle mann zuhören der baron wird jetzt drehend schon wieder alle mann zuhören der baron wird jetzt drehend wir leben in interessanten zeiten meine herren während des letzten sandstorms hat jemand unseren posten in den ruinen ausgelöscht dem zeitpunkt nach zu urteilen ist das diese zugbande ich habe sie deswegen zur rede gesteckt aber sie streiten alles an ein paar jungs haben jedoch gesehen wie sie mit einem auto fuhren das vormals unserem posten gehörte diese neue ankömmlinge greifen extrem schnell zur waffe bleibt also alle sehr wachsam hallo wer hat denn die haben doch zuerst geschossen wollen die mich verarschen also manchmal fühlt sich immer so ein bisschen verarscht so da müssen wir runter aber möglichst in einem ganzen stück wenn die abfahrt verpasst ne ach ja nicht ich gerade eben schon sieht alles gleich aus ne das ding ist in jedem wrack könnte was liegen jetzt leichte konflikte ich will mich ja auch hier nicht in die natur einmischen und so aber ihr könntet mich auch alle mal in ruhe lassen dann könnt ihr mal bitte ich ja gar nicht den platz streitig machen chillt so da geht es zur leuchtturm genau ich wollte schon sagen von hier sind wir doch irgendwie gekommen und hier müssten wir eigentlich vorher gewesen sein beziehungsweise in der runde davor sag ich mal weil wir mussten ja dann neu starten weil die mission nicht getriggert hat so so gucken wir mal was wir da aufgehoben haben sehen wir das sehen wir leider nicht jetzt hier hätten wir uns ausruhen können ich weiß jetzt natürlich nicht mehr wo ich schon überall war und wo nicht von letztem mal wo ist denn hier eigentlich so ein wer macht denn hier bitte so weil er hier geschlafen hat war macht er da einfach mal eine stolper falle ran alle mann zuhören der baron wird geprägt alle mann zuhören der baron wird geprägt in ordnung es geht um die schlucht bei der quelle wo einzelne primitive unsere jungs angegriffen haben der baron ist so ein bisschen hat auch nichts anderes zu tun als am funkgerät zu hängen hier gibt es nämlich auch noch was zu holen extra ein bisschen weiter weg geparkt damit ich nicht entdeckt werde letztes mal sind wir von der anderen seite gekommen ich bin Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich war nur eine Minute weg. Was ist denn los? Hat der Sklave gestohlen oder was? Mist, blöde Kacke! Wecker aufhören, Meister! Ich würde sagen, das lief besser als letztes Mal, aber ich will nicht wieder drauf gehen. Wecker! Wir müssen weg von hier! Ja, geht doch mal weg von hier. Noch mehr als einer. Ah, ich würde gerade sagen. Es muss mehr als einer sein. Es hätte sich ergeben. Haben wir sie doch gekriegt, die Schweinebande. Verdammt! So, das ging schneller als gedacht. Aber ich habe auch mehr Schadenkicker als letztes Mal, glaube ich. Ich habe keine gute Reputation bekommen. Warum nicht? Keine Reihe. So. Zwei immerhin ausgenockt. Oh, ich mache mir hier wieder Licht an. Ist ja traurig sonst. Dieses Mal habe ich eine gute Reputation bekommen. Weil ich den nicht erschossen habe, das er gegeben hat. Warum diesmal nicht? Warum habe ich mich nur dafür gemeldet? Beim ersten Einsatz schon gefangen. Was für ein Mist! So, hier war das dicke Trommel-MG. Dann hatten wir hier hinten noch irgendwo einen Sunny-Koffer. So, das weiß ich noch. Ob hier. Was für ein Mist! Das ist ja traurig. remembered und ich habe da oben, wie ich das für ein Mist in das Tal fliegt. Ja! Da oben gab es noch mal einen neuen, irgendwie gab es hier noch mal einen Ausrüstungsteil. Ich glaube irgendein Kompass war es. Noch nicht dumm. Da ist... So, der ganze Hackmack wegen dem Kram. So, jetzt habe ich glaube ich alles, was ich hier haben wollte, beziehungsweise es geht ja hier unten noch weiter. Ich glaube hier oben war nichts mehr weiter. Oh, oh, shit. Oh, wow, echt jetzt? Oh, sweet Lord. Das ist super, wenn er genau vor mir steht, dann höre ich gar nichts. Jetzt würde ich das 3D Atmos mal ausmachen. Ja, vergib mir, ich bin der Schlafe. So. Ja. Überall Lichtern machen hier. Ist ja Prostlo. Ich hoffe ja immer, dass ich noch irgendwie Munition finde, aber irgendwie... Du, du, du Meister töten. Nicht lustig jetzt. Flamme dich bestrafen wirft. Flamme immer bestraft. Wer Meister wehtut. Ja, ja. Ich glaube das letzte Mal habe ich auch schon sowas wie Ja, Ja gesagt. Mach mal lieber ein bisschen Licht und Freude in deinem Leben. Er ärgert sich immer noch, dass ich ihn direkt beim ersten Mal gefangen habe. Gott. Hier geht's noch Schiff hoch. So. Hopp. Ich kann froh sein, dass er überlebt hat. So, jetzt nicht nochmal runterfallen, bitte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man in das Funkgerät konnte. Das werden wir gleich nochmal testen. Verstehe ich, warum das so einladend leuchtet, wenn man nicht ran kann. Warum habe ich mich nur dafür gemeldet? Beim ersten Einsatz schon gefallen. Beim Verlust. So. Nehmen wir den kürzeren Weg. Oh, der ist nicht wirklich kürzer. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Das war der erste Streich. Kann sogar das Licht an draus machen, Kipper. Kann ich sogar noch vielleicht ein bisschen heranfahren können? Nein, 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 nein. Verpiss dich! Halt, Halt! Ich will nicht! Alle! Lass die Jungs ein wenig schlafen! Wir haben wollen zu tun diesen scheiß Oberhass. Oberhass. Ja, genau den will ich! Schulze! Guten Morgen! Guten Abend, Mensch. Dieser Korbiker würde es auch tun. Doch, das machst du. Du! Ein bisschen so laut. Ich nehme mal kurz das Atmos raus. Der Ultra. Platzt einem ja die Murmel. Das ist immer noch laut. Schulze, kannst du mal bitte sagen, ob das Audio so laut auch bei dir ist? Das ist ja ungeheuerlich. Du Arschloch! Hör mir zu! Du fährst also weiter rum und guckst, wie wir leben. Und wie? Wie findest du es? Du denkst wahrscheinlich, wir wären Tyrannen. Oder sogar Tiere. Und du bist eine Art Held. Wie? Befreist zusammen mit dieser Gjul, dieser Hexe, die Unterdrückten. Ich sehe aber, dass du kein Vollidiot bist. Tief im Inneren verstehst du. Du verstehst es. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Mensch ist ein Tier. Ein Tier. Lass den Mensch frei herumlaufen und schon bringt er alle um. Nimm ihm Macht und Gesetze und alles. Schon herrscht das Gesetz des Dschungels. Es gibt immer ein Blutbad. Ein totales Blutbad. Es muss Macht geben. Es muss Gesetze geben. Eine Ordnung. Glauben. Zivilisation. Verstehst du nicht? Denn ohne Gesetze, ohne einen Gott ist alles erlaubt. Wenn sie einen neuen Sklaven anschleppen, ist er ein völliger Wilder. Sie leben in verdammten Höhlen, haben alles vergessen. Und was bekommen sie? Das Leben eines hungrigen Menschenhafen. Einen Haufen kränklicher Kinder und den Tod im Bauch eines Dämonen. Ich habe ihnen einen Lebenszweck gegeben. Sie arbeiten. Sie dienen. Sie erschaffen. Sie erschaffen eine Zivilisation. Und du, du willst sie zerstören, du Arschloch. Willst meine Zivilisation zerstören. Du Stück Scheiße. Fick dich. Du hast mich verstanden. Behalte den Wagen, solange du willst. Ich hole mir einen Drink. Hat er jetzt aufgehört zu sprechen? Bist du nicht die Aussage gekommen? Hast du jetzt aufgehört zu sprechen? So, ich laufe ein bisschen zielgerichteter. Weil ich ungefähr weiß, wo was ist. Weil ich schon einmal hier war. Irgendwo war hier, irgendwo gab es hier eine Sprengfalle. Bin noch nicht mehr sicher, wo es war. Hallo. Aua. Ach, hat er mich wieder verletzt. Ist doch zum Kotzen. Und warum kann ich mich auf diesem Bett nicht ausruhen? Könnte ich schön ein Stückchen nehmen. Dann könnte ich mich hochheilen. Aber nein. Ist hier glaube ich diese Scheiß-Bude, wo da unten noch einer ist, ne? Letztes Mal bin ich nämlich von der anderen Richtung gekommen. War dann nämlich nicht so spaßig. Da bin ich genau in den reingeklettert, in den Vogel. Da. 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 Das war's glaube ich, ich hätte mir glaube ich angewöhnen überall Licht anzumachen wo ich schon war. Oh, sorry mein Jung. Ich wollte mich doch schnell wieder mit dem Stein bewerfen, das hab ich doch schon wieder gesehen. Aber ich konnte hier gerade irgendwas antatschen. Hässlichen Viecher, ne? Die sich immer hier in dem Sand tarnen. Richtig anstrengend diese Mistbeutel. Muss ich wieder aufpassen. Von da unten bin ich ja gekommen. Muss ich aufpassen, dass ich mir hier nicht wieder verlaufe und das Auto auf den Augen verliere. Aber ich glaube das ist auf der Karte, oder? Ja. Hä, was war das coole da? Oh, safe house. Was wir quasi schon abgelaufen oder abgefahren haben. Oh, der schläft. Ich dachte der wär tot. Alles gut Jungs, ich tu euch nichts. Danke, ich tu euch nichts. Oh, zack, 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 zack. Nein! Letzten Checkpoint vor zwölf Minuten laden. Wir wissen alle wo der, wo der war. Das ist nur das Ende meiner Karriere. Echt jetzt? Oh, diese Speicherpunkte sind zum Kotzen, ne? Nochmal, alles von vorne. Uh, geil. Nicht alles von vorne, aber genug. Shit. Ah. Warte mal. Ah, hier hab ich noch gar nicht gelooten. Äh, gelootet. Ah, hier waren wir jetzt schon weiter, ne? Ähm. Stopp. Hier war nichts weiter zum holen. Ich glaub, das waren hier nur die zwei Kisten. Hier unten war ich ja schon, oder? Nein, war ich auch noch nicht. Ja, Mensch. Ja, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Was ich hier unten schon aufgesammelt hab und was nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier oben alles rausgeholt hab. Die Hauptsache ist, dass wir das weitere Bauteil da haben. Ja. 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 Das ist... Ja. Ja, ey. Einfach nur in die Richtung. Da hinten war ich noch nicht drin. da gab es auch auf jeden fall was das hauptproblem man kann ja nirgendwo speichern weil ich immer nur automatisch wenn du dann halt so ein richtiges ding fängst dann hast du ein problem aber das glaube ich mit der falle da hinten schläft nämlich einer seht ihr ihn nämlich ja genau da ich mich letztens schon beschwert eine blöde sprengfalle hat dem typen nisch geholfen hier fake werkbank außen treibt sich wieder getierung zum 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 Vielen Dank.